Ja, Akzeptanz, das ist einfach doch schwer. Wenn jemand so anders ist, ich kann nun mal das Chaos nicht lieben oder was auch immer es ist. Es fällt mir so schwer, das zu akzeptieren. Das heißt, wenn es um Akzeptanz geht, überlegen Sie doch immer auch, welche positiven Seiten der Medaille hat denn eigentlich die Eigenschaft von Ihrem Gegenüber, das, was Ihnen so schwer macht. Was ist denn eigentlich das Gute an der Eigenschaft und überlegen Sie auch an sich selber, das, was es dem anderen schwer macht, an Ihren Macken, was ist dann sozusagen die gute Kehrseite da dran. Das hilft unglaublich bei der Akzeptanz, wenn man weiß, alles halt zwei Seiten und wenn einer eben sehr entspannt ist, dann ist er vielleicht auch in manchen Situationen zu entspannt. Wenn jemand sehr tatkräftig ist, kann das vielleicht auch mal über die Stränge schlagen.